Herzlich Willkommen bei Bibi Financial Services in Düsseldorf. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Partner-Event am heutigen Tage, 24. September, hier in der Esprit Arena. Wir dürfen heute über 50 Gäste begrüßen, die sich über den Relaunch der Bibi in Deutschland informieren werden. Stargast wird Joey Kelly sein, der am Ende der Veranstaltung über sein Thema referieren wird, wie erreiche ich meine Ziele. Ich freue mich außerordentlich Ihnen die neue Bibi in Deutschland vorstellen zu dürfen. Seien Sie gespannt. Ja, sehr souverän, sehr glaubwürdig, mit Blick auf den Kundenkontakt natürlich auch, sag mal, hebt sich ein Stück weit ab von Maut, weil auch familienorientiert, also mir hat es sehr gut gefallen, auch die Esprit Arena. Es war ein schöner Rahmen, sich hier wirklich zu präsentieren. Ja, mir hat es gut gefallen. Ich finde die Aufstellung von Bibi national als auch international hochinteressant. Für die Kunden einerseits, natürlich auch für die Vermittler, für die Makler, die hervorragende Konzepte, vor allen Dingen auch auf internationaler Basis anbieten können. Wir haben Ansprechpartner vor Ort. Ich selber sitze jetzt in Bad Kreuznach. Das heißt, ich habe die Wahl zwischen dem Ansprechpartner, der in Mainz sitzt, für die Kunden in Hessen und in Nordhessen, habe ich den Frankfurter. Und wenn es noch weiter im Süden geht, gehe ich nach Heidelberg. Und trotzdem habe ich meine Ansprechpartner sehr nah. Also das ist top. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020